Hallo Ron, wie geht's? Hallo aus Kanada, grüße aus Kanada, hallo everybody. Jetzt wird's heiß, aber ich will noch mal, ich will mich nicht lumpen lassen. Oi, 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 was willst du hier? Oh Ron, jetzt hast du mich so lange gefoppt, ich glaube, ja gut, komm hier. Dann, ich habe Angst, der Schweiß steht mir hier oben, spiel du. Ach, nein, Sir, ich musste wegsagen und kaputt machen. Prost. Prost. Hoch die Tassen, Prost. Ah, ich brauche den Kognak. Wir haben schon halb drei hier in Kanada, trinken dürfen wir schon. Halbe o'clock, Samme. Daniel, wenn der Mann Herz aufmacht, dann will er Herz sehen. Ja. Genau, was war das? Ich habe gesehen, wie du letztes Mal du den Null gespielt hast. Ganz verrückt. Klingel, wo ist der Klingelbeutel? Klingel, wo ist der Klingelbeutel in Deutschland? Die Kanadier haben mich platt gemacht. Halleluja. Das war ja ein großer Spaß. Du warst Dritter. Ja, aber immerhin hätte es schlimmer kommen können. Ich habe immerhin vier Spiele gemacht. Daniel, ich glaube, du musst reizen lernen. Du musst ein bisschen reizen lernen. Ja, ich habe ja richtig Spaß. Ja, ich habe ja richtig Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank.